hallo zunächst eine mod vorstellung heute haben wir einen alten kuhstall hier mit fassung von um 30 kühen so sieht er aus da habt ihr zunächst einmal hier noch ein paar unterstellmöglichkeiten die türen gehen auch alle auf und zu hier ist der mischplatz verbaut da kommt der mischt raus hier und hier ist dann der kuhstall tiermenü könnt ihr hier drin einfach aufrufen dann könnt ihr die 30 kühe kaufen die kühe hier die stehen bereits schon da wenn ihr ihn kauft obwohl ihr noch keine kühe habt wird aber erst aktiv wenn die kühe praktisch gekauft sind und dann wird auch produziert wenn futter praktisch drin ist ich habe hier noch irgendwo noch ein lichtschalter gesehen innen drin der war hier auf der seite problem an der ganzen mach hier mal schön zu hier war lichtschalter der hat aber jetzt beim ersten mal nicht so funktioniert besser hat funktioniert jetzt funktioniert plötzlich nicht mehr warum auch immer und hier ist noch mal einer wenn jetzt aber hier hin geht geht hier bloß das tor auf was im endeffekt ich weiß dass der eine hat funktioniert vor da ging vorher ein licht an aber jetzt funktioniert leider nicht mehr warum auch immer keine ahnung jetzt mal noch mal hier hin aber hier tut sich halt absolut nichts schade aber vorher ging es auf jeden fall an das licht das habe ich genau gehört und habe es auch gesehen gehabt das wollt ihr euch natürlich auch nicht auch nicht vorenthalten und euch auch zeigen aber leider wie gesagt funktioniert es gerade nicht mehr und ja hier gibt es leider auch keinen schalter und von dem her mit der zahl drüben noch mal versuchen hier hier funktioniert auch kein schalter vorhanden aber trotzdem ein schöner alter stahl wenn er sowas haben wollt gucken wir noch mal rein was er produziert mischt gülle und die milch wird produziert und das tier selber weil man schon jahr 30 kühe hier drin dann wird hier auch nichts mehr produziert mischration heu silage gras brauchen sie wasser und stroh sauberkeitsanzeige gibt es hier zum beispiel keine scheint also hier auch nicht von nöten zu sein genau gut ja das wird auch wieder gewesen sein von dem stall wir können ja mal kurz außen rumlaufen noch mal wie es von außen aussieht das ganze halle auch ein bisschen älter das ganze und wer einen alten hof hat der kann sich hier dann mit sicherheit austoben hier und ja da würde ich sagen bis zum nächsten mal wenn es euch gefallen hat lasst mal ein abo da und hab noch einen schönen tag link zum download wieder in der beschreibung unten wie immer und dann ciao